Hallo, ich bin's wieder, die Eva von Evas Backparty und ich starte jetzt heute eine neue Rubrik. Und zwar nennt die sich Eva Schnelle Nummer. Das sind Rezepte, die wirklich schnell und einfach gemacht sind. Und heute zeige ich euch ganz leckere Streusel-Ecken. Für die Streusel-Ecken braucht ihr folgende Zutaten. Und zwar 150 Gramm Zucker, das sind noch 10 Gramm Vanillezucker mit drin. Da könnt ihr, wie gesagt, ein Päckchen oder selbstgemachten Vanillezucker verwenden. 550 Gramm Mehl, da sind jetzt gerade nur 250 drin. 2x 175 Gramm Butter, 150 Gramm 10% Quark, 2 Esslöffel Milch, 20 Gramm Vanillezucker und 2-3 Esslöffel Aprikosenmarmelade. Bevor ihr jetzt euren Teig herstellt, müsst ihr euren Ofen noch auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Ich werde meinen Teig jetzt im Thermix machen, aber ihr könnt den Teig natürlich auch in einer anderen Rührmaschine machen. Ihr müsst bloß den Knethaken verwenden. Ich tue jetzt 175 Gramm Butter, 250 Gramm Mehl, den Joghurt und die 20 Gramm Vanillezucker immer im Thermix 3 Minuten auf Knetstufe verkneten. Wenn der fertig geknete Teig noch etwas klebrig ist, könnt ihr ruhig noch ein bisschen Mehl einkneten. Wenn euer Teig nichts mehr klebt, dann könnt ihr ihn auf euer Backblech geben. Ich habe jetzt hier meinen eckigen Backrahmen auf mein Backblech gestellt. Ihr könnt natürlich auch ein tiefes Backblech verwenden, aber ich finde mit dem Backrahmen kriegt man schöne eckige Kanten. Jetzt müsst ihr einfach euren Teig da drin verteilen. Das könnt ihr entweder mit den Händen machen oder ausrollen. Ich mache es am liebsten mit den Händen. Ich habe jetzt zum Verteilen noch ein bisschen Mehl auf den Teigen draufgegeben, damit er sich leichter verteilen lässt, weil er doch noch ganz leicht babbig war. Wenn der zu klebrig ist, könnt ihr ihn auch noch mal für eine halbe Stunde eingewickelt in der Frischhaltefolie auch noch mal in den Kühlschrank geben. Dann klebt er auf jeden Fall nicht mehr, der Teig. Ich werde den Teig jetzt mit meiner Aprikosenmarmelade bestreichen. Ihr könnt auch andere Marmeladen verwenden, dann habt ihr ein bisschen anderen Geschmack, was ihr halt mögt. Das habe ich ein bisschen in der Mikrowelle erwärmt, damit es sich leichter verstreichen lässt. Für den Streuselteig braucht ihr jetzt euren Zucker. Den werde ich jetzt pulverisieren in meinem Thermix. Wenn ihr keinen Thermix habt, könnt ihr direkt Puderzucker verwenden. Oder ihr könnt auch Zucker verwenden. Das würde auch gehen, aber mit Puderzucker sind die Streusel ein bisschen besser. Ich nehme nicht so gern Puderzucker, weil ich eben meinen Thermix habe. Da kann ich mir das immer pulverisieren und das ist dann auch kostengünstiger. Deswegen habe ich eigentlich selten Puderzucker daheim. Den werde ich jetzt auf Stufe 10, 10 Sekunden pulverisieren. Wenn ihr in eurem Thermix Puderzucker selber herstellt, dann müsst ihr aufpassen, weil es ziemlich stark Staub entwickelt. Und wenn ihr den Deckel sobald öffnet, euch der ganze Staub entgegenkommt. Deswegen immer ein bisschen kurz warten, bis sich der Staub gelegt hat. Da kommen jetzt noch das 300 Gramm Mehl und die 175 Gramm Butter mit rein. Ich habe jetzt die Butter und das Mehl mit reingegeben und den Thermix auf 25 Sekunden Stufe 5 eingestellt. So schaut es jetzt aus. Das schaut es auch nicht aus wie Streusel. Das werden wir jetzt mit den Händen noch formen. Bevor ihr jetzt noch die Streusel draufgebt, stecht ihr euren Teig noch ein bisschen mit einer Gabel ein. Jetzt könnt ihr die Streusel darüber geben. Ich habe jetzt hier meine Streusel verteilt. Falls ihr euch fragt, was mit der Milch passiert ist, die hätten wir eigentlich vorher noch mit auf den Teig verstreichen können. Das müsst ihr aber nicht. Das ist nur, dass der Teig unten ein bisschen saftiger ist. Aber wir haben ja Aprikosenmarmelade genommen und dann ist das auch saftig genug zwischendrin. Und so können die jetzt bei 200 Grad um und unterhitze so etwa 20 bis 30 Minuten in den Ofen. Da müsst ihr wirklich aufpassen, dass euch die Streusel nicht verbrennen. So schaut der Streuselteig jetzt fertig gebacken aus. Den müsst ihr jetzt noch warm schneiden. Deswegen löse ich den jetzt aus dem Backrahmen. Das geht auch ganz einfach. Nehme da jetzt eine Palette zu Hilfe. Damit ich das vom Backblech runter bekomme. Ich nehme mir jetzt zu Hilfe ein Lineal mit einer Stahlkante. Holz und Plastik kann man leicht zerschneiden. Deswegen würde ich davon abraten, dass ihr das zu Hilfe nimmt. Da mein Backrahmen 30 auf 30 Zentimeter war, werde ich jetzt 10 Zentimeter große Quadrate daraus schneiden. Ich habe jetzt hier meine Quadrate und die müsst ihr jetzt einfach nochmal halbieren. Dass ihr Dreiecke bekommt. So werde ich jetzt meine leckeren Streusel-Ecken servieren. Ich habe sie noch mit ein bisschen Puderzucker bestäubt, damit sie ein bisschen besser ausschauen. Das müsst ihr aber nicht. Ihr könnt hier auch variieren, wie gesagt, mit der Marmelade, was für einen Geschmack ihr wollt. Ich finde es auch besser, wenn sie noch zwei Tage ein bisschen ziehen. Dann müsst ihr sie einfach luftdicht in der Dose verpacken, wie die Weihnachtsplätzchen auch. Und dann schmecken die auch ein bisschen mehr nach Marmelade. Ihr könnt noch mehr Marmelade verwenden, wenn ihr sie wollt, dass sie ein bisschen mehr nach Marmelade schmecken. Das könnt ihr dann entscheiden, wie ihr das wollt. Das Rezept ist, wie gesagt, schnell und einfach gemacht, wenn man schnell irgendwas braucht, für eine Party oder so. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir doch einen Kommentar und einen Daumen hoch. Und abonniert mich natürlich. Ich bin auch auf Facebook zu finden. Da seht ihr immer, wenn ich etwas Neues poste. Und wenn ihr das Rezept nochmal nachlesen wollt, dann geht ihr einfach auf meinen Blog. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei rausprobieren.